... ... ... ... ... ... Wohin? Dann mit dir? Ja. Wir sind fast nebeneinander genau gelandet. Ich hab noch keine Waffe, ich hab hier keine Waffe, nichts. Das ist ein Kackladen hier. Ich hab auch gar nichts, ey. Jetzt hab ich einer. Oh, ne goldene Titan. Die haut natürlich rein. Zwei Medi-Kids. Das ist so. Vielen Dank. Sind wir eigentlich in der Zone? Ja. 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 Ich bräuchte noch 9mm, Muni. Oh, ich hab ein Auto. Ja. 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 Oh! No! Sorry! Ich hatte nur Level 1. Du Geier. Wollte gerade drücken, Alter. Weg. Oh, Scheiße. Was ist denn das, Alter? Boot. Auf dem Bad. Achso. 7,62er Muni? Ach, die ist voll. 9mm. Finde ich nichts. Und du kriegst doch immer nur so ganz kleines bisschen, wenn du die aufhebst. Lass mal ein bisschen weiter in die Zone fahren, weil ich hab keinen Bock so weiter... Da wird gesniped. Komm. Fahr ein bisschen weiter in die Zone rein. Und dann hat er gesniped. Und dann hat er gesniped. Gut, das langt. So, jetzt warte mal, komm mal her zu mir. Ähm... Wer ist da oben? Ich guck mal grade im Menü, was ich noch hab sonst. Hier. Ja. Das ist gut, ja. Danke. Die kleinen ersten Hilfe, die Dinger. 15 Millionen davon, ey. Kleiner habe ich 16 Stück, ja. Ich hab schon ein paar abgelöst. Und große habe ich... Ich hab zwei. Große habe ich sieben. Und ich brauchst du was? Nein, nein. Alles ist gut. Au. Wo geht die Zone hin? Hm. Komm mal her zu mir. Achso. Ich hab mal mehr 9 Millimeter. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich noch aufheben kann. Ah, jetzt bin ich voll. Jetzt habe ich 290 Schuss. Ach, super. Brauchst du irgendwas? Nein, nein. Ich würd sagen, lass mal ein bisschen so Richtung Turbine fahren oder so. Äh, warte. Grad eine Sekunde. Ob hier noch was ist. Ne. Wenn die gleich kleiner wird, wir sind ziemlich am Rang. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich zu Turbine hingeht. Aber ja, lass mal so ein Stück weiter so in die Richtung genau. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Ein Traumakit bräuchte ich noch. Traumakit habe ich keins. Ist da gerade geschossen worden? Ne. Ich hab nicht geschossen. Oben auf dem Dach ist vielleicht noch was. Oh, hier ist ein Redox, Alter. Ne, oben auf dem Dach ist nix. Gucken, ob hier oben noch was auf dem Dach ist. Auch nicht. Also Traumakit wär echt nicht verkehrt. Komm, wir fahren Richtung Turbine. Ja, lass doch hinlaufen, oder? Guck mal, das Ding wird erst in einer Minute zwanzig, äh... Ah, das Problem ist mit dem Ding ein bisschen schneller. Wenn einer auf dich schießt, du bewegst dich viel schneller. Okay. Ich glaub, die sind eh noch alle am Arsch der Welt, fast. Uuuuh. Das ist das Gute, dass wir jetzt schon zuerst da sind. Ne. Ne. Auger-Taktik-Wasser, was ist das? Ein Sniper? Ah, ich bin mir nicht mehr sicher. Kommt ein Auto. Auto, Auto, Auto. Okay. Hol die Golden auf jeden Fall. Aber ich kann nicht snipen. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Sniper ist. Dann weiß ich nicht, ich kann die auch holen von mir aus. Aber ich hab... Ja, die eine ist halt auch relativ gut jetzt aufge... ...powert bei mir. Wo war die Goldene? Hast du die? Ja, ja. Da drüben im... Achso. Hab ich, hab ich, hab ich. Hab ich alles gut. Die Goldene ist schon um einiges... Oh, wo? Oh, da schiebt ein auf mich. Oh, la, digga, crappy. Irgendwo hier unten. Wo sind die halt? Ich weiß nicht von wo. Von 30. Nordosten. Und hinter uns. Oder warst du das? Ne, das warst nicht du. Lass uns Richtung Turbine fahren. Warte mal grad, ich muss was einsetzen. Warte. Hier kommen wir direkt rein. Ich glaub, da ist auch schon irgendwo einer. Kann man hier oben aufs Dach bei der Tribüne ganz oben nehmen? Oh, kein Plan. Bis zum nächsten Mal schauen. Ich habe immer noch kein Traumaket. Hast du Baste 200 Leben? Achso, warte. Ich habe glaube ich einen Traumaket. Ich guck mal gerade hier oben noch schnell. Stock. Ah ne, da hole ich lieber Schalldämpfer rein. Schalldämpfer ist besser. Okay. Ist das da vorne? Wir sind ja direkt da. Wo hast du das abgelegt? So, okay. Gut, gut. Ich habe sogar einen Heli, Alter. Ja. Hier ist noch eine Barrikade. Ich habe auch schon eine dabei. In der Kiste hier. Die Kiste noch klein. Ja. Ich könnte das noch mitholen. Hier sind noch sieben Feinde, Dicker. Ah, da unten geht die Zone eher hin. Lass mal eher am Rand bleiben. Lass uns mal am Rand orientieren. Irgendwie so am Rand orientieren. Da kommt eine Kiste runter da vorne. Westen. Ich habe dieses Perk, dass ich im Geduckten schneller gehen kann. Von Südwesten kommen Schüsse. Ich glaube, die kommen alle von der anderen Seite. Lass mal grad hier mal grad gucken. Geh doch da hoch, Manu. Hm, ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Lass die sich mal, kommt aus 255 circa. Also egal wo ich hin gucke, ich sehe keinen. ich auch nicht gar kein kleines bisschen vortasten aber eher am rand bleiben am rand ist besser da unten ist einer bei westen ja genau da ist noch einer aber ich bin zu weit weg nicht schießen da sind zwei stück ja ich hab sie genau im scope alter aber wenn du jetzt meine position ne ne noch nicht ballern noch nicht ballern aber den anderen wer ich gar nicht auf den er geschossen hat wir müssen aber da runter jetzt und wir gehen dahin wo war der wo hat der gesnipet ich bin ja an so einem dicken stein erstmal nicht dass noch einer von hinten kommt oder so snipen wenn wir da runter zu dem dicken baum gehen ja dann sind wir so ziemlich in der zone auch schon es muss ein team noch sein und ein einzelner glaube ich ja ja jetzt bleib ich jetzt mal hier liegen das hier liegen bleiben erstmal einfach nur chill bisschen die Umgebung gucken ob wir irgendwo einen laufen sehen wir müssen auf jeden Fall vor uns irgendwo sein weil nur da ist die zone hinter uns kann keiner mehr sein kommt einer verschritte aber ich darf es nicht von wo von wo von wo nordwest glaube ich ja bei dir bei dir bei dir jetzt wieder chillen jetzt sind wir noch 2 gegen 2, Digga ich weiß wo wir sind, aber wir wissen nicht wo die sind und wir sind nicht in der Zone, Digga ja lass mal hier rüber gehen, lass mal über links gehen lieber warte lass mich eben teilen nachladen also ich hab die Titan, ne ich kann auch von weiter Entfernung Schaden machen ja ich hab diese Augauer, ich weiß nicht, ich glaub jetzt auch ein Sniper ich hab jetzt noch nicht damit geschossen sollen wir in die Zone laufen? ja klar vielleicht sind die dahinter den dicken Stein oder so hier ist ne Kiste, Digga Anzug Level 3, ja voll, Alter komm, lass mal hier zusammenbleiben wo bist du? ich komm zu dir oh, du gehst da lang ich wollte runter gehen, in die Zone rein ja klar, ich geh auch da rein, aber hier rüber da hinten, warte mal da hinten sind sie äh, 300 310 circa 310 wow, fuck, Alter Sniper Sniper, denk dran nicht zu viel zeigen nicht zu viel zeigen wo, 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 wo das ist noch ein bisschen schade die sind runtergelaufen oh, die Zone ich hab einen ich hab einen ich bin tot wo, Digga, wo, 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 wo der kommt oh, meine jawoll, Alter ja der eine Typ, den ich vorhin äh, so abgeschossen hab, ne der hat wo man die Nachricht geschrieben hat ne, der lässt gar nicht nach der hört gar nicht auf mit Nachrichten zu schreiben der kommt gar nicht drüber der kommt gar nicht drüber hinweg, ne jetzt geh ich hin und schick ihm noch mal eine Nachricht wo ich gewonnen hab, jetzt mit dem Bild ja, genau, genau ich schick ihm das Bild von Sieg jawoll, Alter Entschuldigung, geil Entschuldigung, geil